So, willkommen zurück im Kampf gegen diesen feuerspeinenden Vulkan oder was auch immer das sein soll. Wow, ich muss mich irritieren, der Typ nicht. Und er cheatet. Ja, oder ich bin einfach nur zu schlecht. Sucht euch was aus. Wow, wir können einen... Jetzt geht's ihm aber voll an den Kragen hier. Na, wie findest du das? Das gefällt dir doch sicher. Jetzt könnten wir ihn gleich haben. Zumindest bald, das wäre nicht schlecht. Was habe ich hier gemacht? Ich habe Mist gebaut. Oh, so sorry. Der baut hier seine Steine wieder weg und ich baue voll den Mist. Ich möchte nicht nochmal verlieren gegen den. Ich habe keine Lust gegen ihn zu versorgen. Nein, keine Lust, scheiße. Das war jetzt auch wieder total sackdoof. Ah, super, der cheatet doch. Die Sau, der bescheißt. Scheiße. Da bitte. Oh. Oh mein Gott. Das lief schon besser. So, jetzt kriegt er aber auch mal ein kleines Fünferblock-Problem. Oho, Hilfe. Mist. Nur noch überleben hier. Überleben. Nein. Tu es mir nicht. Ah nein, wir gehen schon wieder beim Kaputt. Ah nein, wir leben noch. Wir leben noch. Wir leben noch. Schiebung. Schiebung. Hier, bitte. Gips. Das ist spannend. Schiebung. 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 Ja. Lasst ihn vor uns sterben. Bitte. Vor uns. Stopp. Vor uns. Ja. Boah, das war knapp. Habt ihr das gesehen? Das war ja wohl wirklich... Das war Rettung in der allerletzten Sekunde. Oho, Gargantua-Blark. Das ist ein Gegner, den man sich merken sollte. Ja, der Regenbogen scheint riesengroß zu sein und Regen ist schlecht und so weiter und... Lounge-Fisch oder was stand da? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir einen Fisch zu retten. Warum nicht? Ich beginne mit grün. Wie sehr oft in diesem Spiel. Ah, das ist chillig. Das ist doch mal chillig. Chillige Musik. Jaai. Bam, 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 la badia. Nein, das hat jetzt nichts mit dem Trainer zu tun. Bam, bam, la badia. Was, der schickt mir was hier mit freundlicher Unterstützung wahrscheinlich. Hey, ich schick dir doch auch nichts rüber, ey. Ach komm, das ist jetzt fies hier. Ich kann keine Blöcke machen. Zumindest sehe ich nichts. Gemein. Schiebung. Hey, cheat that. Er ist gekauft. Er ist gekauft, ist er. Gekauft. Aber sowas von. Ja, super. Das liebe ich. Das liebe ich wirklich. Das ist so eine Kacke. So. Ein bisschen Glück muss man natürlich auch haben. Wie in Tetris üblich kommt es nicht nur auf Köpfchen an, sondern durchaus auch auf Schiebung. Auf Glück. Etwas Glück. Na, der Typ ist gut. Nicht mehr lange. Da sehe ich einen Vierer. Mit Vierer kann man die ganz schön im Bredouille bringen. Manchmal. Weil man Glück hat. So. Yeah. Oh, er schickt mir auch etwas. Einen Dreierblock schickt er mir. Den wir jetzt weg machen werden. Ja, chillige Musik zu einem weniger chilligen Gegner. Ja, das ist jetzt echt super mal wieder hier. Da kannst du gar nichts machen, ne? Da bitte. Bekommst noch was. Freundliche Unterstützung. Hier kann man nochmal einen Viererblock machen. Ja, ich habe ihm ganz schön zugeblockt. Block mal anders. Jetzt wissen wir, woher die Blocks ihren Namen haben. Block. Ja, hier bitte. Bekommst nochmal. Und hier auch nochmal. Ich bin ja nicht so. Ich teile ja meine Blöcke. Das sind lauter Geschenke. Von mir an dich, Kumpel. Ja. Komm. Komm, den blocken wir jetzt aus. Komm, nur nach einem, dann ist er her. Der bitte einen Fünfer, den packt er nicht mehr. Ja. Gut. Den Fischman. Fisherman's Friend haben wir auch vernichtet. Ja. Abgeschlotzt. Fischman. Flopsy Fischar. Ha. Sind befreit. Oh. Es geht voran. Weiter geht es auf dem Regenbogen. Was ist das? Der Mond braucht unsere Hilfe. Luna Stage. Ja. Why not? Oh. Äh. Ja, okay. Das Übliche. Bang. Bang. Was nehmen wir? Grün nehmen wir. Okay. Bang. Schicken wir ihm wieder ein paar rüber. Mit freundlicher Unterstützung. Bang. Boom. Bang. Scheiße. Sorry. Sorry. Sorry, ihr habt nichts, aber auch gar nichts gehört. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was? Okay. Gut. Da können wir doch einen Fünfer sogar machen. Ach, Mist. Mist. Naja gut, das ist auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt noch schieben können. Das wäre besser gewesen. Ich hätte noch geschoben. Aber, naja, man kann nicht alles haben, wie gesagt. So. Das schieben wir. Ach, Kacke. Das ist echt doof. Ist das hier richtig doof. Das kann ich... Kann ich gar nichts machen. Doch, hier kann ich was machen. Hier machen wir auch was. So. Kumpel. Da schieben wir wieder zu einem Vierer. Das können wir tun. Ja, das werden wir auch tun. Höchste Konzentration. Da haben wir noch was. Haben wir noch was auf Lager? Sorry, Junge. Jetzt geht es dir gleich an den Kragen hier. Jetzt machen wir mal ernst. Ja, ich fürchte, er macht schon die ganze Zeit ernst. So, hier bitte. Das hätten wir jetzt auch einen Fünfer machen können, aber... Ah, das war dumm von mir. Das war dumm von mir. Das war sackdum von mir. Egal. Oh, Junge. Jetzt geht es dir an den Kragen. Hoffe ich doch. Oder uns. Aber ich hoffe mal ihm. So. Hier nochmal. Oh nein, 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 nein. Das gefällt mir hier nicht. Die Schnelligkeit gefällt mir hier auch nicht. Schiebung. Ja, das war noch geklappt. Das war gut. Das war eine richtig gute Schiebung. Die gefällt mir. Und die wird ihm den Arsch kosten. Hoffentlich. Nein, doch noch nicht. Oh, er wehrt sich. Er wehrt sich deftig. Ich mag das nicht, wie der sich wehrt. Kacke. Okay. Okay. Langsam. Mal langsam, Kumpel, ja? Mach langsam. Ah, hier unten. Komm. Hier unten können wir noch. Ja, und wie gefällt dir das? Das gefällt dir doch sicher. Oh. Oh. Jetzt wird's knapp. Knappig, knappig. Oh, kacke. Hier, bitte. Nochmal. Schiebung. Schiebung. Scheiße. Ja, wir haben ihn. Gut. Weil ich bin grad... Wow. Das war knapp. Das war knapp. Ja. Du 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 du. Das war knapp. Oh, wir haben's geschafft. Jo. Und wir haben alle befreit. Was wird als nächstes kommen? Hey everyone, I'm so glad you are back to normal. Jetzt seid ihr nicht mehr böse, weil Yoshi gekommen ist. Und Yoshi hat euch mal kurz in die Ohren gepustet. Und dann seid ihr wieder normal geworden. Ja. Let's go. Kick Bowser. Jo. Yoshi ist glaube ich der einzige, der mit einem Strahlen auf... Im Gesicht zu Bowser fliegt. Wigtes? Wigtes? Was ist da? Egal. Jedenfalls sind wir jetzt irgendwie in einer Untergrundhöhle. Und wir fordern Bowser heraus. Und er guckt immer zu uns in die Kamera. Ja. Mein Gott. Cave of Freakness. The Cooper. The Cooper Man is coming now. Aber das werden wir das nächste Mal... Nichts. Nee. Das nächste Mal sehen. Hier links oben wird noch unser Passwort eingeblendet. Es bleibt spannend. Werden wir ihn besiegen oder nicht? Werden wir soweit kommen? Was wird dann geschehen? Ist das Spiel zu Ende oder geht es weiter? Wird Steffi bestehen? Die Antwort auf all diese Fragen gibt es das nächste, nächste Mal. Bye, bye. Ciao, ciao. Und den Rest könnt ihr euch denken.